Mursilii, war von 1604 v. C.H.R. bis 1594 v. C.H.R., hertetischer Großkönig. Leben Mursilii wurde durch seinen Großvater Atusilii als Großkönig eingesetzt, nachdem dieser einige Familienmitglieder von der Thronfolge ausgeschlossen hatte. In einem Text, der zur Zeit der Sterbens Atusilis verfasst wurde, nennt dieser die Gründe für die Einsetzung Mursilis und gibt ihm Ratschläge für Herrschaft und Lebenswandel. Mursilii eroberte das Gebiet zwischen dem Taurus und dem Oberlauf des Tikris, was in etwa dem späteren Kilikim entspricht. Kizu-Wat-Nah war für Mursilii die ideale Ausgangsbasis, um das Reich Amchad mit der Hauptstadt Halpa anzugreifen und zu bezwingen. Wobei es auch zu kämpfen gegen die Hureiter kam. Damit kam Nordsyrien unter hethetische Herrschaft. Seine größte Tat war der Angriff auf Babylon. Den Hethitern gelang es Babylon im Jahre 1595 v. C.H.R. zu plündern. Mit seinem Angriff beendete Mursilii die 1. Dynastie von Babylon. Die Beute enthielt auch die Statue des Gottes Madok geraubt aus dem Tempel Esajila. Die Chronik des Telipinu berichtet. Er zog nach Halab und zerstörte es, brachte Gefangene von Halab und dessen Gut nach Athusa. Dann zog er aber nach Babylon und zerstörte es. Schlug auch die Hureiter und behielt die Gefangenen von Babylon und dessen Gut in Athusa. Aus diesen spärlichen Angaben wird manchmal rekonstruiert. Die Hethiter seien auf dem Rückmarsch andauernden Attacken der Hureiter ausgesetzt und hätten die Statue des Madok vielleicht in der Gegend von Anna zurückgelassen. Nach einer anderen These brachten sie die Statue nach Hati. Die Ereignisse werden durch die babylonische Chronik gestützt, die berichtet, dass Babylon unter dem Herrscher Samsudetana geplündert wurde. Nachdem Murseli nach Athusa zurückgekehrt war, besetzen die Kassiten Babylon und begannen ihre 600-jährige Herrschaft. Es wird spekuliert, dass sie mit Murseli verbündet waren und dass sein Feldzug nur deshalb glückte. Es wird aber auch eine kurze Regierung der Meerland-Dynastie erwogen, die der Kassiten-Herrschaft voranging. Murseli wurde gegen 1594 v. chr. von seinem Schwager Antili ermordet.